So, und da bin ich schon wieder, glaube ich. Oder? Bin ich schon wieder da? Ja, ich bin schon wieder da. Ähm, und dann holen wir uns jetzt mal hier als allererstes die... Oh, ich hasse es als Sorcher, weil die alle so schnell sind. Die sind immer diese dreckigen Sniper. Fickt euch, fickt euch, fickt euch alle! Ja, höhöh, du mich auch. Jetzt muss ich ja echt warten. Ja, war nicht allzu lange, wir werden ja eh gleich gespawnt. Ja, so eine Waffe hast du aber nicht. Okay, dann M16 ist besser. Und weil er uns ausgelacht hat. Was er eigentlich gar nicht hat, aber egal. Crashen wir den jetzt mal so schön, wenn er um die Kurve fliegt. Was macht denn der für Schlangenlinien, ey? Und ich mach den Kill! Ich bin so fies, ey. Komm, wo sind ein paar feindliche Flugzeuge? Hallo, wo sind ein paar? Ich find gar keiner. Na, hier. Ich will nicht genau da vor der Küste von denen rumfliegen, weil da ist man ein genau leicht gefundenes Fressen. Und unter dem Baum durch. Und gleich unter der Brücke, wenn ich da... Ach, da war sie schon. Dann fliegen wir eben da drüben mal runter, oder? Ist da noch einer? Ja, da ist noch einer. Jetzt search. Boah, scheiße. Okay, da war Winkel auch ein bisschen zu spitz, würde ich mal sagen. Aber das machen wir gleich mal besser. Na, Alter. Und hier, zwei Kills. Erledige Infanterie, ja, das passt doch. Und zerstörte Fahrzeuge, haben wir ja schon alles beide. Jetzt noch schieße auf Fahrzeuge. Gutes 650 Punkte. Aber das wird nicht allzu schwer sein. Ein Flugzeug bringt schon allein 190 Punkte, wenn man es komplett zerstört. Wenn halt auch nur welche mal da wären. Ich hör welche. But I can't see. Okay, das reicht. Andere Richtung. Wo ist einer? Da. Weg ist er. Oh, hinter uns ist einer. Was für ein Glück, ey. Geht mir mal das Risiko rein, nicht auszusteigen, und dann überlebt man es echt noch. Oh, ich habe mein Flugzeug gehört. Ich bin eine Tonne genug. Na, da, komm schon, komm schon. Ach, nee, das ist ein Gegner. Äh, das ist einer von uns. Hinter uns. Kommt er hinterher? Na ja, kommt er eh nicht hinterher. Wo bist du nur? Ich glaube, der ist schon am Boden. Ne, da ist einer. Da ist noch eins. Und. So, das schaffen wir doch. Ey, du Nachmacher. Das ist ja bloß, jetzt ist er abgestürzt. Ne, da ist er. Ey, Nachmacher, ey. Ist auch in der Brücke gefahren. Und da kommt schon der Nächster, der es, glaube ich, machen will. Ne, ne, das bleibt schön mein Trick hier. Mein Gott. Da hinter uns ist doch schön wieder einer. So. Flugzeug-Skill. Hä, immer noch. Schieße. Ach, auf Infanterie. Ich hab gedacht auf Fahrzeuge. Hm. Was ist denn so ein Kamikaze-Flieger da? Boah, das ist ja schon fast Space-Raping, was wir hier machen. Da ist doch einer hier. Oh, je, je. Nice. Na, 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 mal schnell unser Flugzeug wieder reparieren. Und da ist einer hinter uns. Oh, der ist genau bei uns nicht explodiert. Deutsche, ja, ich bin deutsch, aber das schreibe ich hier jetzt nicht rein. Hm, der ist, den hol ich mir nicht. Hol ich mir. Toll. Toll. Naja, wenigstens haben wir jetzt elf Kills mal am Stück gemacht. Na, das ist doch mal eigentlich ganz... Oh, und die Runde ist vorbei. Cool. Elf Kills. Ey, nice. Ging ja eigentlich ganz schön flott, hä? Halt für, dass wir gerade mal fünf Verluste gemacht haben. Und einer davon war leider meiner. Hm, peinlich. Naja, Sieg. Boah, aber das war schon eine Halle-Runde. Oh, wir haben sogar eigentlich sechs Verluste gemacht. Zwei, zwei, vier, fünf, sechs. Naja, sieben, sieben. Nicht so viel. 32.500 VPs. Ah, wir haben eine Mission schon. Panzer. Oh, naja, ist jetzt nicht so günstig, wenn die alle im Himmel rumkreisen. Aber, ähm, ja, wartet mal kurz. Naja, also, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.